Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV. So, wir sind hier in Alagiri und da gibt es noch ein paar Quests zum Annehmen und auch zum Erledigen und das machen wir jetzt. Na nun, was für deine Abenteurer von mir? Eine Versammlungseinladung, bitteschön. Die Befragungsarmee lädt zu einer Versammlung, dass wir die Galea losgeworden sind, freut mich natürlich, aber direkt den nächsten Soldaten in der Stadt zu haben, ich weiß nicht. Der Krieg hat mir bereits mehr Freunde genommen, als ich hier tragen will. Mir ist klar, dass die Kämpfer der Befragungsarmee nicht unsere Feinde sind, aber anfreunden werde ich mich nicht mit ihnen. Die nächste Schlacht würde sie mir sicher wieder nehmen. Okay. Willst du was von uns, Kleiner? Nicht? Hm, na, hätte ich mir erdenken können, so wie du aussiehst, aber wenn die Befragungsarmee ruft, sind wir natürlich zur Stelle. Das ist schließlich potenzielle Kundschaft. Würde auch Zeit nach all den Jahren mit diesem dämlichen Galean. Wer es nicht für das Geld gewesen hätte, ich hätte die Bastarde mit den Hintern nicht angeguckt. Okay. Von denen, die gehen und bleiben. Du bist ein Abenteurer, nicht wahr? Wenn du etwas Zeit für mich hier übrigen könntest, würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Ich möchte einen Talisman von einer guten Freundin von mir anfertigen, aber dafür benötige ich ein Gazellenhorn. Könntest du eine Gazelle für mich erlegen und mir ihr Horn bringen? Eigentlich tauchen diese Tiere in dieser Gegend nicht auf, aber Kämpfer der Befragungsarmee haben mir berichtet, dass sie eine streunende Gazelle auf dem Weg ins Grenzland gesichtet hatten. Schau dich dort um, vielleicht ist dir das Glück hier holt. Na gut. Was wird dich zu mir, Abenteurer? Äh. Was? Moment. Äh. Die Kämpfer der Allianz sind Befragungsarmee mit Arak versorgen. Musste ich das erst aufnehmen, oder? Ah, Emote, super. Ja gut. Wo haben wir es denn? Super. Na du, wo habe ich das denn verdient? Ah, verstehe. Nun, an jenem Tag hatte nicht der Mahlschung, sondern die Bruderschaft in Arakerswacht den Oberbefehl. Einige Mitglieder der Bruderschaft halten sich noch immer in Wettstein auf. Ihn solltest du deine Aufwartung machen. Okay. Was gibt's, mein Junge? Die Befragungsarmee möchte eine Versammlung abhalten? Selbstverständlich nehme ich daran teil. Die mutigen Kämpfer haben uns die widerlichen Galia vom Hals geschafft. Sie sind unsere Helden. Zukunft, zurück zu altem Glanz. Guten Morgen, Abenteurer. Wirst du so gütig dir die Bitte eines bescheidenen Handwerkers anzuhören? Ich bin Zimmer und habe mir meinen Lebensunterhalt mit der Reparatur der Karawanengespanne verdient, bis die Galia hier aufkreuzten und der Handel zum Erliegen kam. Mit der Gelegenheitsarbeiten konnte ich mich irgendwie über Wasser halten, aber immer habe ich gehofft, eins meiner ursprünglichen Beruf wieder ausüben zu können. Und jetzt, wo die Besatzer vertrieben sind, steht der Erfüllung meines langjährigen Wunsches eigentlich nichts mehr im Wege. Würde mein Werkzeug nicht ausgerechnet in den Wettstein legen, wo ich es damals zurücklassen musste, gegen die grässlichen Wüste, die dort mittlerweile hausen, bin ich chancenlos. Ich kann es deshalb nicht holen gehen. Doch du, du siehst aus, als hättest du schon viele Gefahren erfolgreich getrotzt. Ich hatte mein Werkzeug in Fessern und Kisten verstaut, um es vor den Galia zu verstecken. Wenn du es für mich bergen könntest, wäre ich dir auf ewig dankbar. Gut, hier möchte auch noch jemand quatschen. Was willst du von mir? Hier trinken wir uns. Oh, Schnaps aus Kühe Arbania habe ich noch nicht probiert. Ich werde mir das Gläschen nach Feierabend genehmigen. Hoffentlich kommt meine Ablösung bald. Hey, Abenteuer, was kann ich für dich tun? Trink was. Danke, ich weiß das zu schätzen. Leider bin ich noch im Dienst, also werde ich mir das Stückchen später genehmigen. Ich bin im Dienst, hoffentlich ist es trinkt. Trink was. Ah, Arak. Ist so etwas wie das Nationalgetränk da, wo ich herkomme. Ein schönes Symbol dafür, dass Allergie wieder frei ist. War sie nicht noch im Dienst? Egal. Ah, du bist zurück. Wie haben die Leute reagiert? Naja, geht so. Es gibt auch solche, die zweifeln. Nun ja, wer will das in die Verdenkten? Die Besatzung war lang. Da kann man schon mal den Mut verlieren. Ich wusste nicht recht, wie ich mit einigen schiefen Blicken hier umgehen sollte. Jetzt, wo ich die Gründe kenne, wird es mir leichter fallen. Hoffnung und Ängste liegen eng beieinander. Wir werden unser Bestes geben, auch die letzten Zweifler davon zu überzeugen, dass die Zukunft Gutes bringt. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber Durchhaltewillen und Kampfgeist haben wir ja schon bewiesen. Danke, dass du die Brücke zwischen uns und der Bevölkerung geschlagen hast. Sie wird das Fundament sein, auf dem der Neuanfang fußt. Gut, dann gehen wir jetzt außerhalb der Stadt Quests erledigen. Solche seltsamen Flügel habe ich noch nie bei einem Insekt gesehen. Ich frage mich, weshalb sie so anders aussehen. Okay, warum ist... Was muss ich dem jetzt machen? Beschuldigen, okay. Mama schickt dich. Ich habe nichts Böses getan. Ehrenwort. Ich beobachte die Pflanzen und Tiere in der Gegend. Wenn ich groß bin, werde ich nämlich Wissenschaftler. Dann braucht Mama auch nicht mehr so viel zu arbeiten. Ich wollte ihr keine Angst anjagen. Besser, ich gehe nach Hause und erkläre ihr alles. Was willst du denn? Hey, Fox. So, dann gucken wir mal. Gut, erledigt. So, dem Fass ist nichts. Ah, das Werkzeug. So, mal ein bisschen Musik runter. Eigentlich ist ja teilweise furchtbar laut. So, zu dir. Ich wüsste nicht, womit ich diese Geste verdiene. So, in der Tat hatte die Brüderschaft an jedem Tag die Gefäßgewalt. Ich persönlich war allerdings nicht in Ragherswacht, sondern in Custom Oriens stationiert. Die Verteidigung haben einige meiner Untergriebenden koordiniert. Einer von ihnen hält sich gerade in Allagiri auf. Warum redest du nicht mit ihm? Gut, dann gehe ich hier wieder rein. Gut, die sind schon aggressiver. So, noch mehr Werkzeug. Das hier die Fässer noch so dastehen, wundert mich irgendwie. Das Ding guckt mich irgendwie an. Da rechts, dieses große Ding. Guck weg. Danke. Du durchsuchst die Kiste und findest Werkzeug. Yay. So, wo noch? Dort oben. Ja, dann machen wir mal. Aha. Anscheinend eine etwas größere Fässer. Aber egal. Ah, das sind ja die Kiki-Räuber. Doofen Hexagoner, die halten immer so unglaublich viel aus und bischen sich überall ein. Gut, mein AI ist riesengroß und hat ihn mit sehr großer Wahrscheinlichkeit getroffen, aber egal. Gut, dann... Ja, mal nach da rüben hinfliegen. Und dann rüben hinfliegen. Und dann rüben hinfliegen. Dann rüben hinfliegen. Ah, eine streunende Garzelle. Tut mir leid. Da-da-da-da-da-da-da-da. Was ist hier los? Danke, das war Rettung in letzter Sekunde. Mein Kamerad ist verwundet, aber er wird es überleben, wenn ich ihn schnell genug zu unserem Heiler bringe. Darf ich die Zustimmung dieser Versorgungskiste dir überlassen? Auf einer Klippe nördlich von hier wartet der Mann namens Gundmar drauf. Gut, dann... Ah, wobei, wenn er da oben alleine rumsteht, dann bringe ich die eben schnell. Halt die Musik! Ein Abenteuer an diesem kopfelassen Ort? Was verschafft BDR? Bitteschön, eine Kiste. Oh, die Versorgungskiste. Darauf habe ich gewartet. Aber wieso bringst du sie mir denn? Der Kurier wurde von Graupantheras angegriffen. Zum Glück ist er mit dem Leben davon gekommen. Die Gegend hier ist extrem gefährlich. Von dem Kurierpark im Norden will ich eigentlich gar nicht erst reden. Wenn wir nicht höllisch aufpassen, kann jederzeit das nächste Unglück passieren. Die Wacht hier draußen ist einsam, aber wichtig. Danke, dass du die Kiste hier hochgeschleppt hast. War sicher nicht leicht. Jetzt schließe ich beim Proviant für eine Woche drin und ein paar Fläschchen Arak haben die Kollegen auch springen lassen, wie ich sehe. Keine Angst, das trinkt nur im Maßen. Wird schließlich nicht den Überfall verschlafen. Aber ein wärmender Tropfen in den kalten Nächten hier ist immer willkommen. Dieser Sud tut richtig gut. Hey, du bist doch der Abenteuer, der mir die Versorgungskiste gebracht hat. In letzter Zeit bin ich andauernd beschäftigt, aber ich muss mich auf meine Aufgabe konzentrieren können. Und deshalb habe ich einen Auftrag für dich. Kannst du mir von den Mutsus, die du westlich von Wettstein finden kannst, einen Mutsuharm besorgen? Ja, kann ich machen. Und was möchtest du? Das Bergleben stinkt. Hey, geh nicht zu nahen Abgrund. Die Kikir haben so gute Nasen, die riechen dich bis da runter. Und damit will ich keinesfalls sagen, dass du dich mal waschen solltest. Meine Aufgabe besteht darin, das Treiben der Kikir-Banditen da unten zu beobachten. Aber leider ist mir ein Mittel zum Neutralisieren von Gerüchen ausgegangen. Du bist doch ein Abenteuer, oder? Dann kann ich dir einen Auftrag anbieten. Du brauchst mir nur etwas herbringen und ich werde dich dafür entlohnen. Hier ganz hinterher findest du einen Jäger aus Allergierigen. Geh bitte zu ihm und lass dir Mutsu Fett geben. Vielleicht schon sollte genügen. Letzte Zeit herrscht unter den Kikir-Betriebs-Betriebsamkeit und ich muss das im Auge behalten, ohne dass sie meine Witterung aufnehmen. Also Abenteuer, ich verlasse mich auf dich. Ja, gut. So, hier sollen wir irgendwas erledigen? Also irgendwer... Ah! Rafa hat dich geschickt. Gerüchte darüber, dass die Kikir irgendetwas planen, habe ich schon gehört. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sie so aktiv sind, dass Rafa gar nicht mehr von seinen Beobachtungsposten wegkommt. Ich dachte mir schon, dass ihm das Zeug überhaupt ausgehen wird, deshalb habe ich bereits ein Fläschchen vorbereitet. Aber sei gewarnt, passt gut auf, dass das Fläschchen nicht ausläuft. Wenn das Zeug irgendwo rankommt, kriegst du den Geschenk mindestens eine Woche lang nicht mehr weg. Nö! Geht's! Geht's! So, jetzt mal nach dort unten. Es gibt ja noch genügend Quests, die wir erledigen müssen. So, den müssen wir wieder beschuldigen. Ja, was sorgt sich um uns? Ach, das tut sie eigentlich ständig. Dabei gibt's dafür absolut keinen Grund. Ich trainier bloß. Ich will nämlich eines Tages der Befragung zu mir beitreten, damit ich meine Familie beschützen kann. Dazu muss ich aber stärker werden. Hm, vielleicht sollte ich das meiner Mutter erzählen, damit sie sich nicht mehr sorgt. Eigentlich wollte ich damit ja warten, bis ich in der Lage bin, ihr eine kleine Demonstration meiner Stärke zu geben. Ja, vielleicht irgendwann später. Ich habe dich gerettet. Vielen Dank. Was sagst du, meine Schwester hat dich geschickt? Ja, sie hat sich sicher Sorgen gemacht. Ich hätte ihr was sagen sollen. Meine Schwester glaubt, dass ich mit der ganzen noch eine blutige Anfängerin bin. Aber da ist sie schief gewickelt. Ich habe die ganze Zeit mit Besenstielen geübt, während ich bei Winter gearbeitet habe. War eine perfekte Tarnung, um die Galia nicht auf mich aufmerksam zu machen. Wenn die Befrauungsarmee sie nicht vertrieben hätte, dann hätte ich das irgendwann getan. Glaub mir. Ich bin nämlich vom selben Schlag wie meine Tante. Die ist eine extrem mächtige Pekingerin. Meine Mutter hat zu ihren Lebzeiten ständig von ihr geredet. Ich habe mir geschworen, es ihr gleich zu tun. Ich werde weiter trainieren und dafür sorgen, dass Alagiri nie mehr in die Hände fremder Mächte fällt. Und nicht noch einmal die Hilfe eines freundlichen Abenteuers benötige. Vielen Dank. Gut, dann gehen wir nach dahinten. Oh, achso. Das war schon. Was soll ich... Ah. Du. Hallo. Hele hat dich auf die Suche nach mir geschickt. Oh weh, das war... Das wird ein Donnerwetter setzen. Aber ich kann doch noch nicht zurückkehren. Ich habe eine Kette verloren, die mir meine Eltern vererbt haben. Die muss ich unbedingt wiederfinden. Wie wäre es, wenn du mir bei der Suche hilfst? Sie muss mir bei meinen Kämpfen hier abgerissen sein. Gut, wir suchen. So, wo könnte sie denn sein? Ah. Na, gab es eine Spur von der Kette? Sie ist das einzige, was mir von meinen Eltern geblieben ist. Bitte schön. Mann, da fällt mir ein Stein von Herzen. Meine Eltern sind beim Einfall der Galear vor 20 Jahren ums Leben gekommen. Die Kette ist mein einziges Andenken an sie. Wusstest du übrigens, dass es an dieser Stelle früher mal einen Schokobursteig gegeben hat? Meine Eltern haben hier gearbeitet und ich bin hier aufgewachsen. Ich habe die liebhaften Stimmen der Händler und das ruhige Glucksen der rastenden Vögel noch genau in den Ohren. Ich werde mich mühen, dass irgendwann alles wieder so viel früher ist. Jetzt, wo ich die Kette wieder habe, kann ich mich wieder voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. Ich habe vielen Dank für deine Hilfe. Gut, die Quests haben wir somit auch erledigt. Ja, dann haben wir noch zwei Quests hier unten. Wie jetzt? So. Ich will nicht unnötig sein, aber könntest du mich bitte in Ruhe lassen? Äh. Super. Lass diesen Quatsch, ich verdiene das nicht. Ja, meine Einheit war in der Tat in Ragherswacht, aber ich war so sehr damit beschäftigt meine eigene Haut zu retten, dass ich für niemanden sonst ein Auge hatte. Der war er halt zwar jemand anders. Er stand bis zuletzt an vorderster Front und rettete unzählige Männern und Frauen das Leben. Doch vor ein paar Tagen erlag er seinen schweren Verletzungen. Und jetzt ruht er hier. Ich konnte nichts mehr für ihn tun, als ihn zu begraben. Uns bleiben nur noch Gebete. Vielleicht möchtest du dich an mir, tu dich mir ja anschliessen. Wir beten. Es wäre seine Antwort auf dein Gebet. Weht einmal eine sanfte Brise. Erschatte Odo Bericht. Gut, dann jetzt sind wir noch hier drin und dann sollten wir das Zeug da hoch bringen, aber... Gut, das können wir dann auch gleich machen. Mann, hab ich Durst. Hier, trink Alkohol. Träpfchen zur Feier des Tages. Nettes Hinten sind das ja hier in Kürbania. Das sage ich nicht mehr. Gut. Dann geben wir die ganzen Crashs mal ab. Meine Geste ist auf Zuspruch gestoßen. Das folgt mich. Deine Hilfe sei dir gedankt. Ganz zwar diese Stadt ein blühender Handelsplatz, aber die Gallia haben uns mit ihren Luftschiffen schön am Boden zurückgelassen. Gute Ark hat hier den letzten 20 Jahren niemand zu Gesicht bekommen. Aber diese traurigen Zeiten sind ja nur zum Glück vorbei. Die Flasche hat mich ein halbes Vermögen gekostet, aber das war alles wert. Man gönnt sich ja sonst nichts richtig. Knacki wir beide. Danke nochmal für deine Hilfe beim Schnaps ausschenken neulich. Einer der Gäste hat mir verraten, dass du ein berühmter Abenteurer bist. Dieses Mal habe ich eine Aufgabe für dich, die deinen Fähigkeiten besser entspricht. Ich möchte dich bitten außerhalb der Stadt einige Hochschwing-Chiapulli zu erlegen, um ihre Beine zu bringen. Drei Paar wären schön. Wofür ich die brauche, das wirst du schon noch sehen. Also dann, gute Jagd! Meine Söhne sind vorhin nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber sie waren viel mitteilsamer als sonst und haben mir von sich aus erzählt, was sie gemacht haben. Ich scheine mich, meine Söhne zu Unrecht verdächtigt zu haben. Es war mir nicht bewusst, wie erwachsen sie mittlerweile geworden sind. Die beiden haben ihren Vater niemals kennenlernen dürfen, doch ich habe mich immer bemüht, ihnen ein angenehmes Leben bieten zu können. Meinen Söhnen soll es an nichts fehlen. Deswegen beklage ich mich auch nicht über die harte Arbeit. Ich mag zwar nicht so stark sein wie du, Abenteurer, aber auch wir Mütter sind stark. Unsere Liebe zu den Kindern gibt uns unsere Stärke. Meine Schwester ist gerade zurückgekehrt. Vielen Dank, dass du dir geholfen hast. Die Geschichten von unserer Tante kenne ich natürlich auch. Aber bei mir haben sie eher Angst gemacht, als Mut eingeflößt. Und heute nennen sie Höllengrähe, weil sie ihren Gegner mit ihrer Waffe angeblich gerne die Augen auspickt. Aber vielleicht sind diese Geschichten auch nur eine Einschüchterungstaktik. Unsere Tante Moldvar ist eine Heldin. So viel steht fest. Als die Galia bei uns einfielen, sammelte sie eine Scharflüchtlinge hinter sich und half ihnen sicherem Boden in einem fernen Land zu erreichen. Wenn meine Mutter nicht mit mir schwanger gewesen wäre, hätte sie sich den Druck bestimmt angeschlossen. Sie wirkte immer so einsam, wenn sie von ihrer Schwester sprach. Vielleicht erzähle ich meinen Kindern ja eines Tages ebenfalls solche Geschichten von meiner Schwester, wenn sie mit ihrer Lanze in die weite Welt hinausgezogen ist. Allein der Gedanke schnüppelt die Kehle zusammen. Aber sicher hat sie bis dahin noch viel zu trainieren. Das tröstet mich ein wenig. Starke Schwester, Liebe Ist es wahr, was man über dich erzählt? Dass du der Held bist, der im Kampf um Castello und Velodina die entscheidende Rolle gespielt hat? Ich hatte ja keine Ahnung. Danke für alles, was du für uns und nicht zuletzt für meine Schwester getan hast. Die sucht übrigens nach dir. Vermutlich will sie dich persönlich bei dir bedanken. Wenn du zum nördöstlichen Tor gehst, wirst du sie antreffen. Konntest du die Banditen einholen? Ja. Ich wusste gleich, als ich dich sah, dass du die richtige Person für diesen Auftrag bist. Eine Armee, die nicht ausreichend mit Waffen und Rüstung versorgt wird, ist nicht handlungsfähig. Doch das leibliche Wohl ist nicht minder wichtig. Soldaten der Einheit in Alagiri können sehr unangenehm werden, wenn ihre Kehlen nicht genug befeuchtet sind. Ich hatte mich schon darauf vorbereitet, nachts über die Berge flüchten zu müssen, falls die Kisten nicht wieder auftauchen. Warum so überrascht? Traust du mir eine solche wagenmutige Aktion etwa nicht zu? Ich mag harmlos aussehen, aber das ist berufsbedingt. Ein Händler darf nie hinter seine freundliche Fassade blicken lassen. Oder würdest du einem Händler mit einem finsteren Gesicht etwas abkaufen? Jedenfalls aufrichtigen Dank. Möge das Glück dich bei deinen Abenteuern begleiten. Ist das Flussufe von den Biestern gesäubert? Sehr gut, dann kann ich endlich mit meiner Arbeit fortfahren. Der Boden dort ist zwar mager, aber einige anspruchsvolle Gemüse und Obstsorten lassen sich sicher anpflanzen. Für die Landarbeit werde ich jene arme Frauen anhören, die ihre Männer und Väter verloren haben. Versteh mich nicht falsch, das tue ich nicht aus einer Nächstenliebe. Ich bin in erster Linie Geschäftsmann. Das Obst und Gemüse werde ich als regionale Besonderheiten für gute Gülle verkaufen und mir weitere Grundstücke kaufen, um meine Vermögen zu vermehren. Doch noch bin ich nicht reich, da musst du mit dieser bescheidenen Entlohnung Vorlieb nehmen. So, dann zu dir. Konntest du ein Horn erbeugen? Ja. Was für ein prächtiges Exemplar. Damit werde ich einen sehr schönen Talisman anfertigen können. Große Hörner stehen für Stärke. Stärke, die Unheil abhalten und Glück herbeirufen wird. Und nichts anderes wünsche ich meiner Freundin, wenn sie nach Ulda zieht. Sie will dort Glück als Händlerin versuchen, jetzt wo wir uns endlich wieder frei bewegen können. Mir fehlt die Kraft in der Ferne einen Neuanfang zu wagen. Ich habe hier genug durchgemacht. Da will ich mich auf kein weiteres Wagnis einlassen. Doch meiner Freundin wünsche ich alles Glück der Welt. Hoffentlich wird mein Talisman sie beschützen. Willkommen zurück. Hast du mein Werkzeug gefunden? Jupp. Meine Güte. Im Augenblick dieser Gegenstände kommen wir fast in den Rennen. Dass ich diese Werkzeuge noch einmal in meinen Händen halten würde. Die Galliar haben mir alles verkommen lassen. Ich werde am besten es geben, beim Wiederaufbau zu helfen. Alagiri ist ein Knotenpunkt zwischen Ulda und dem Nahen Osten. Einst fuhren die Caravan hier ohne Unterlass vorbei. Ich hoffe, dass ich die Wagen schon bald wieder rattern und klappern höre. Und wenn eine Achse bricht, bin ich natürlich zur Stelle. Aber erstmal will ich die Ausrüstung der Befreiungsarmee und der Allianz auf Vordermann gebracht werden. Das werde ich unentgeltlich entledigen. Ehrensache. Vielen Dank für deine Hilfe. Danke, dass du meinen Untergebenen geholfen hast. Er hat mir berichtet, wieso er nicht zurückgehen konnte. Hätte er mal was gesagt, ich hätte ihm etwas Hilfe geschickt. Die meisten in der Befreiungsarmee haben jemanden verloren. Für viele war das der Grund, die Kunst anzuschließen. Dein Einsatz sei dir sehr gedankt. Alagiri freut sich auch weiterhin über deinen Beistand. Konntest du dem tapferen Soldaten unseren Dank aussprechen? Er ist seinem Verletzungen unterlegen? Wie schrecklich. Ich werde die anderen Überlebenden zusammenrufen und mit ihm sein Grab besuchen. Doch wir können mehr tun, als nur für ihn beten. Lass uns das Leben nutzen, das er uns schenkte, um den hart erkämpften Frieden zu wahren. Das finden wir ihm schuldig. Ich danke dir von ganzem Herzen, Abenteurer. Gut, die Quest kann ich dann aktivieren. Dann machen wir mal die Quests hier außenrum weiter. Und dann mal gucken. Theo, wie schön, dich wieder zu sehen. Ich wollte mich noch bei dir für deine Hilfe neulich bedanken. Für meine Schwester gab es zwar erst einmal tüchtig Schelte, doch das hält mich nicht darauf ab weiterhin zu trainieren. Gefährliche Orte werde ich aber in Zukunft nicht mehr allein aufsuchen. Und genau deswegen benötige ich deine Hilfe. Du bist stärker als alle die ich kenne. Für jemanden wie dich stellen ein paar Kongarmathos sicher keine ernsthafte Bedrohung dar, nicht wahr? Es ist gerade Paarungszeit und die Biester haben sich für die Eierablage ein Wasserloch im Norden ausgesucht. Wenn wir nichts unternehmen, werden unsere wenigen Wasserstellen bald ruiniert sein. Bitte hilf mir die Kongarmathos zu erlegen. Okay. Ach Moment, die muss ich hier auch ausschalten. So. 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 Ich gehe rein. But dann kannst du dir ja. Einen Kongo-Mato habe ich selbst erlegt. Für die übrigen haben meine Kräfte nicht ausgereicht. Die Hauptsache ist aber, dass die Wasserstelle gerettet ist. Komm, lass uns nach Alagiri zurückkehren. Ja, gleich. Ich habe da noch was zu erledigen hier oben. Hm. Na gut. Das sind ja dann hier zwei Quests. Und, alles ist gut gegangen? Bitteschön. Besten Dank. Weißt du, ich bin nun nicht nur Ortskundin, sondern kenne mich auch mit Tränken gut aus. Wenn man beispielsweise Mutsuhörner zusammen mit Kräutern aufgießt, ist der entstandene Sud voller Nährstoffe und außerdem kann er Tote wecken. Das Zeug schmeckt etwas streng, aber es hat mich schon durch viele Nächte geholfen. Dieses Wissen stammt von meinen Vorfahren, die sich hier im kargen Bergland irgendwie helfen mussten. Zum Glück haben sie sich meiner Eltern die Zeit genommen, mir ihre Tricks mit auf den Weg zu geben. Ich höre gar nicht mehr auf zu quatschen, was? Und los geht's. Jedes Mal, wenn ich das Zeug rieche, kriege ich Lust, die Kirche ihre langen Nasen zu brechen. Ich hätte gerne ermittelt, dass mein Geruch wirklich nur neutralisiert, anstatt ihn mir bestialischen Gestank zu überdecken. Ach, sich aufzuregen bringt ja eh nichts. Und keine Sorge, du hast nichts falsch gemacht. Ich werde dir schnell deine Belohnung geben, damit du meinen Gestank nicht länger ertragen musst. Es wird ja schon wieder was. Eine Tasse voll Dankbarkeit. Alles klar. Na hallo, du warst mir letztens eine große Hilfe. Der verwundete Soldat ist auf dem besten Weg zur Genesung. Was führt dich denn diesmal hierher? Aber das ist ja gut maus Mut zu Kräutertee. Das Zeug ist eine Wucht. Dieser ewig lange anhaltende Nachgeschmack, danach kann man süchtig werden. In Alagiri lässt man nichts verkommen. Wenn ein Tier erlegt wird, werden alle Teile verwendet. So werden seit jeher Hörner und Knochen ausgekocht und die Brühe mit Kräutern vermischt, um Mittel gegen Erschöpfung oder Entzündungen zu gewinnen. Viele dieser Rezepte werden seit Generationen weitergegeben, doch ein Teil ist auch durch den Handel mit dem Osten zu uns gelangt. Ich werde nun schnell ins Lager zurückkommen, denn ich habe riesigen Durst. Also, danke und bis zum nächsten Mal. Dann zeig mal her, was du hast. Da hast du deine Beine. Knackige Beine vom Feinsten. Gekochte Chapuli-Beine sind schön knusprig und wärmen den Körper von innen. Früher war das unser meistbestelltes Gericht. Doch die Galiar finden Insekten eklig und haben uns verboten, sie in Gerichten zu verwenden. Bad Nausen. Naja, jetzt brauchen wir uns ihre Verbote nicht mehr zu kümmern. Endlich kann ich die Befragungskämpfer mit authentischen, migischen Küchen bewirten. Vorher gab es bloß hartes Brot, an dem man sich die Zähne ausbeißen konnte. Und Pögelfleisch, das einen der letzten Tropfen Flüssigas im Körper zog. So seizig war es. Jedenfalls danke ich dir sehr. Die meisten Fremden haben Vorurteile gegenüber Insektengerichten, doch du bist hoffentlich nicht einer von ihnen. Komm ich besuchen, wann immer ist dich nach Chapuli-Beinen gelüstet. Okay. Du warst einfach unglaublich. Ich frage dich, ob meine Tante auch so stark war wie du. Wenigstens erzählt man sich das. Einige in meinem Stamm reden schlecht über meine Tante und werfen ihr vor, ihr Land und ihre Leute im Stich gelassen zu haben. Aber ich weiß, dass sie niemals weggegangen wäre, wenn sie eine Wahl gehabt hätte. Wenn sie gekonnt hätte, hätte sie gekämpft und alle beschützt. Aber vermutlich fühlte sie sich nicht stark genug, um ihre Heimat zu verteidigen. Und genau deswegen will ich stark werden. Nicht um wilde Tiere zu erlegen oder um eine berühmte Pekingierin zu werden, sondern um diejenigen beschützen zu können, die ich liebe. Dazu gehört auch meine Schwester. Da kann sie mich so viel ausschimpfen, wie sie will, ich werde mein Training trotzdem fortsetzen. Und mit deiner Hilfe werde ich jetzt auch unbeschadet überstehen. Okay. Hast du mit meiner Schwester gesprochen? Hm? In meinen Einheiten soll es eine Frau geben, deren Beschreibung auf meine Tante trifft. Ich werde ihr einen Brief zukommen lassen, indem ich sie bitte, das Grab meiner Mutter zu besuchen. Wenn meine Schwester davon erfährt, wird sie wohl gleich davon stürzen, um nach ihrer Tante zu suchen. Ich weiß nicht, ob ich sie dann aufhalten kann. Aber vielleicht ist das ja auch gut so. Vielleicht muss ich meine Schwester endlich ihren eigenen Weg gehen lassen. Entschuldige, es ist noch zu früh, um mich bei dir auszuweilen. Das kann ich immer noch tun, wenn meine Schwester nicht mehr da ist. Danke, dass du sie beschützt hast, Theo. Okay. Gut, anscheinend war es das mit den Quests hier. Dann können wir Allergiri hinter uns lassen. Und fliegen schon mal zum nächsten Gebiet. Quests haben wir bis vor den Salzgarten alle erledigt. Hervorragend. So, das Nächstes. Ah, hier. Okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ja gut, dann würde ich mich fürs Zusehen und bis zum Zusehen und bis zum Zusehen und bis zum Zusehen. Ja gut, dann würde ich mich fürs Zusehen und bis zum Zusehen und bis zum Zusehen und bis zum Zusehen. Untertitelung des ZDF, 2020